Es war einmal ein kleiner Junge, dessen größter Wunsch es war, eines Tages mal mit seinem Idol Tapsen spielen zu dürfen. Über viele Jahre hinweg verfolgte er dessen Laufbahn, feuerte und himmelte ihn vor den großen Counter-Strike-Bünen an. Oh, Tapsen! Doch von Jahr zu Jahr schwand die Hoffnung, dass sein Traum irgendwann einmal in Erfüllung gehen könne. Immer und immer wieder musste er mit den vielen Rückschlägen und Absagen zurechtkommen, doch eines Tages passierte es dann. Der im Wald von Schweinetapsen! Oh Gott, Mr. Tapsen CS, okay, go. Oh mein Gott. Aber ich musste noch ein paar Mails finden. Pass auf, die hatten alle keinen Bock mehr zu spielen. Marius, Marius war drei Minuten offline gegangen, ja? Achtung, wir machen ein Experiment. Ich schreibe Marius jetzt am Handy an. Jo, Marius, Tapsen will MM spielen. Ist er dabei? Wir stoppen ab jetzt die Zeit, bis der wieder online ist, der kleine Pisser. Gespielt wurde übrigens unsere Lieblingsmap, das 2. Hate your server, hate your country, you're a fucking piece of shit. Big ist doch krass auf das 2 eigentlich, oder? Nicht? Doch, ein bisschen. Ich verstehe Leute nicht, die das 2 nicht mögen oder die Bliding, die Mapp, die ist so gut. Beste Mapp. Verstehe ich auch nicht. Ich glaube, ich sehe lang. Willst du lang? Dann kaufe ich eine Flash und eine Smoke. Ich gehe gleich raus, clean eins und den installieren. Ich habe die Flashmacks nochmal optimiert, pass auf. Ist das die Flash? Die ist zu früh zum Anbaden. Die ist zu früh. Ja, die, aber die ist es. Die erste zum Anfüttern. Da war einer. Ja, das hätte schon. Siehste, ist noch CT. Boah. Was passiert denn hier? Weil dann denken die, ey, die ist ja viel zu früh, die Naps. Die kommen raus und dann kommt die Flash. Wer hätte es nicht geflaggt? Moment. Ja. Die denken, die erste ist low und dann trauen sie sich zu peaken, aber dann kommt die zweite ins Gesicht. 200 IQ Play. Flasht, äh, Tril-Torial. Also B ist eigentlich, äh, clear. Mach mal dann falsch durch. Gleich B kommt. Keiner kommt B. Einer B. Der hat einen Hit. Ich glaube, ein B. Besser drauf. Ich habe nur einen Koi. Einer wird er zurück? Ja. Okay, da sind wir dabei. Deiner hat einen Hit. Ja. Ja, Eko. Eko-Friend. Ist einfach nicht so bescheiden. Ja, Xbox, Xbox, Xbox. Hi, Wes. Ja, ich hatte den Tag. Ich habe nicht mal... Ah, ich habe gar keinen Frack. Aber ich habe die Runde in einen entscheidenden Flash gerade geworfen. Auf jeden Fall. Und dann habe ich drei Enemies flashed. Drei? Ja, und alle anderen null. Die Runde habe ich nicht geflasht. Ja, das war scheiß die Anfütter-Flash. Die sind B richtig spät. Geil. Die haben Mitte gesmogt. Tops, Tops, Tops. Ich flash dir Zaun noch. Einer Side. Door on Side. Side down. Door auch. Ich will den Smock, ja. Oh, schlägt die Fall. Ah, außen, sorry. Noch Boost? Hast du Bock? Ja, let's go. Ja, ich bin's, Alter! Mensch, Tops, das ist nur ein Matchmaking hier. Ey, kam mir schon. Okay, ist gut, ist gut. War krass, war krass. Wirklich? Ja. Let's go! Let's go! Ja! Ja, ja, ja. Oh, sorry. Lower. Lower. Oh, was? Oh nein, egal. Let's face it. Doch nicht. Treppe. Nice. Boah. Wollt ihr nochmal lang gehen? Ja, auf jeden Fall. Soll ich anfüttern oder direkt flashen? Das weiß ich für Füttern, ich hab auch nur Fütternate. Jetzt füttert Mari Fütter jetzt! Oh, die war zu spät, ich bin im Fütternate. Jetzt. Ja. Sie ist da alle weggegangen. Ich mach ein Auto, Mollo. Das shit cross. Ich nähe der Einser. Kurz auf. Schön. Ich krieg Dinger. Spot kann auch stehen, oder? Lol. Ich hab einen gekillt seit. Kurz One-Way-Smoke? Einer hat AWP, top mit der andere ist B, glaub ich, oder? A4B. Ja, der hat nur kurz One-Way, der kommt mit der AW jetzt rum. Boah, einer VB? Der hat low auf B. Lux Füttern, noisy mode. Wie soll das aussehen, wie ich mir so ein Babyball im Mund schiebe? Nein! Boah, der war jetzt auf mich. Ich weiß erst nicht mehr, wie ich gelegt hab, ne? Für lang, hast du für lang gelegt. Ja, aber links oder rechts? Rechts, glaub ich. Rechts im Eck. Allah! Da brennt's vor dir. Da ist er doch... Der kettet mal... Der kettet gar nicht. Der kettet gar nicht! Der war low? Schön, ey. Was passiert hier? Und die Näh zum Anfüttern für die nächste Runde gesaved. Geil, komm. Uiuiui, ey. Da wird jetzt ein Sick mit der AWP stehen. Der hat, ich glaub ich, jetzt... Nee, Marus ist da. Ja, der ist drin. Dreimal geholt. Aber erst am Füttern. So, anzittern bitte. Füttern kommt. Oh, die war aber sehr früh gefüttert. Ach, du bist da. Oh, voll, fuck. Nein, da wie viel mit ist. Nice, schön für dich. Ich hab keine Waffe in der Haft. Onside, onside. Nasse. Bad. Nice. Zählt der? Zählt der? Zählt der, zwei wahrscheinlich. Einer links. Oh, ich hab die Bombe. Fuck, sorry. Ach, du bist CT. Ich dachte, du wärst kurz. Nee. Bombe liegt. Das ist mein Endgegner. Oh, Bombe liegt. Hinter Einser. Hinter Einser, Marius liegt nicht für dich. Hm, das ist sehr gut. Oh nein, der geht nicht. Was macht der? Der guckt dich an. Nee, Marius. Ach, scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab's verkackt. Fuck, ich dachte, du wärst kurz. Okay, ich hörf mal einen Expo-Smog. Boah, das guck ich mir an, ob die kommt. Bei uns kommt die nämlich nicht. 64 Tick, ne? 64 Tick. Mann! Ich will jetzt aber sehen, ob die liegt. Ich glaub... Ach, das ist doch ein Frecher-Hit. Die liegt nicht. Ach. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie man diesen Smog richtig wirft, ihr geht einfach an diese Eck hier, lokalisiert hier diesen komischen dunklen Strich, der rechts von diesem großen Schatten ist, geht dann hoch bis zur Höhe von diesem Antennen-Ding hier. Das seht ihr aber nur, wenn ihr die Effekte als Minimum auf Medium stehen habt und verbindet die beiden. Ganz einfach so. Und dann jumpfaut ihr das Ding und schon habt ihr eine Xbox-Smog. Bitteschön, Tatsen. Kurz, kurz. Zwei kurz, zwei kurz. In der Smoke-Xbox. Das geht's nicht, ey. Na klar, vorne. Nice. Wir haben noch einen Fyfe-Klatsch, oder? Ja? Ja? Nee. Ich sag kurz. Oder hast du auch noch? Ich sag kurz. Ich sag kurz. Oh! Scheiße, die Klappe. Geile Runde, ja. Ihr könnt nicht legen, oder? War nicht schlecht, ja. Ich kann noch einmal legen. Für mich, für... Also, es war schon so eine Level 10. Nee, nimm. Ne, von, komm, du bist heiß. Mach B, oder? Äh, ja. Ich fütter lang zweimal an, aber wegen B. Ich hab keinen Smoke, der moll ist wahrscheinlich. Der steht close. Nice. Schöner Schuss. Schmoller Loch. Pass mal Tür bitte auf. Nice. Ja, hab ich. Lauer tot. Noch einer. Nice. Geilo. F1 größer Taps. Minus Taps, plus Erfolg. Ja. Kannte Witz, da steht F1 auf einmal auf der Stage. Boing. 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 Zwei Stück, einer low. Die sind beide zurück. Ja, die sind beide zurück. Kurz. Oder? Nee, so. Aber was macht denn ihr hier? Kurz eins, kurz eins. B.T.O. Kurz daumen. Kurz auch noch. Aber, ach man, ich daddel hier einen Scheiß. Oh, mir liegt schlecht. Schlecht hier lang. Oh Gott. Jetzt aber short. Ja. 7 zu 1. Einer B. Zwei B. Einer nur B, der andere hüpft. Zählt hier rum. Jetzt ist er wieder gut crossed. Oh Gott. Noch mehr? Ich glaube ja. Schöner Anhit. Nee, keiner mehr. Oh, ich hab den echt angetroffen. Mitte noch zwei Stück. Einer von B, einer closed CT jetzt. Auf die. Boah. Einer war auf B, mit AK. Bist du in Klospis noch? Ja. Ich wäre Weltklasse wie immer. Und rum. Nein, ich bleib hängen mit meinem Fettarsch. Ah, ich wollte gerade sagen, der kommt bestimmt lang. Fuck. Egal. Frag mal Tapsen, wie viele Stunden er pro Woche spielt. Dota wahrscheinlich 15. Nicht jeden Tag ein Dota. Aha. Ich gucke jetzt sogar nach auf deinem Profil. 95 die letzten zwei Wochen. Wie viel davon ist CS? Junge, Tapsen. 45 CS, 50 Dota. Das sage ich doch. Das sage ich doch. Ihr seht's doch. Ich hab gar nichts. Ich hab das auch. Warum bleibst du nicht da stehen? Ich hab ein 400er Ping. Fuck. Ich flasch lang. Flasch liegt. Flasch auch noch nach. Und rum. Pitch kann schon sein. Wird cool. Die haben mega Angst vor uns auf lang. Zählt die Smoke jetzt wieder raus? Zwei Stück auf Cross. Die haben Doppel-A-Aus. Flasch hin. Kannst du mal rein. Ich will dir zeigen. Wollen wir über die Smoke boosten? Okay. Hab ich mir gerade ausgedacht. Keine Ahnung, ob das klappt. Aber die Smoke hab ich mir gerade Freestyle hingeworfen. Nee, ist geil. Ja, ich seh den. Ach, bin ich geil. Komma, on the fly. Schreib's dir auf, Tapsen. Nein, ich krieg die Smoke. Du bist alleine, F1 hat nen Timer. Oh, warte, guck mal hier. Ich hab da was Feines. Das hat die Träume letztens im Matchmaking gezeigt. Wollen wir das nicht mal hier auf dem Major da in Kattenwilze fertig machen, oder wahr? Hm, was? Zeig mal her. Was hast du denn da? Hm, hm. Oh, das gefällt mir aber gut. Oh, das gefällt mir ausgesprochen gut, mein Tapsen. Das können wir auf jeden Fall mal aus dem Major ausprobieren. Lass uns mal fertig machen, meiner. Oh, was hast du für Granaten? Der ist, der hat 400er Ping, glaub ich. Der hat 600er Ping. Ich hab bei 400 Ping. Ist egal, wer für Granaten. Der war lang? Äh, kurz, mein ich. Warte. Wo ist denn der andere? Na. Der zieht bestimmt lang gleich rum. Sag mal, F1. Achso, du hast... Das war fünf Sekunden im Bild. Noch immer Short. Das war knapp. Der Nutzer hat da auch AWP. Nice. Der kommt doch safe lang. Wo ist denn der? Hey, das gibt's doch nicht. Der ist doch noch Dungie gegangen. Boah, der war Quads wahrscheinlich. Einer lang. Double Doors wieder. Ich hab B den Frack. Der steht da. Und der jetzt rechte Seite ist mit unten gewesen. B frei. Einer ist schon B noch. Ich sehe vor B gar nicht. Der braucht nicht flaschen. Der ist hinter... Swap, 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 Swap. Boah, Gott. Boah, Alter. Der mitte unten, glaub ich, rein sein. Nee, der Squads. Shit. Boah. Ich glaube, hast du den Clip mit dem Sticker gesehen heute? Hast du sowas schon mal gesehen? Nee. Du hast doch drauf geantwortet, dachte ich auf Twitter. Da haben mir Leute gesagt. Wo ich Danger Zone gespielt habe und dein Sticker flog neben meiner P2000 mit in den Rufpunkt. Hast du doch, das hab ich gesehen. Ja, ja. So, seit der dem Bug kann ich auch noch mal gesehen. Den hab ich schon öfter gesehen. Wie, 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 wie passiert der? Kann man den replicaten? Nee, ich weiß es nicht. Das ist manchmal ganz komisch. Das hattest du auf der P2000, oder? Ja. 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 Das Ding ist, ich hab deinen Sticker auf meiner USP und ich hab von der USP irgendwie auf die P2000 geswitcht. Aber ich muss den Stickern aufnehmen. Da hab ich auch einen, aber du was denken sollte. Schön, Mann. Haben wir noch einer links hier? Hinter der Tür, ja? Ja. Ist sicher? Einer ist Apatazos. Arsons. Ars, Firefly. Komm mal, lass uns. Ich werde dich finden. Offiziell. Des Rechts. Ich kann dir auch helfen. Kein Puppen, nee. Ich bin dran. Hoffentlich verhegst du da nicht, ey. Ich smoke einmal tief CTWs. Einer kommt schon von der Seite. Ich mach nochmal die Tower Smoke, die neue, die krasse, die wir bald auf dem Mager sehen. Haben wir eine Aave? Ja, perfekt. Oh, wird das geil. Freut ihr euch schon? Gut auch. Siehst du nix, oder ist da keiner? Nee, ist keiner. Was? Nein. Der kommt schon von hinten. Unter der Seite einer. Der First Box ist der. Single Box. Ist schon da, F-Horn. Hast du mich? Der war T-Spawn. Verpuffelter Schuss. Was war der? Warte, oh, noch einer Spot down. Schön. Dead. CT Quades. Oh, scheiß Gap. Warte, warte. Einer steht Double Doors, weißt du? Da ist einer, F-Horn, close in der Smoke. Double Doors-Zeit. Letzter muss in der City Smoke sein. Ist er, ja. Elevator. Nice. Noch einer. Nice. Pit noch, oder? Noch einer Pit. Pit. Schön. City Smoke kommt. Da steht City. Links, rechts. Und erste Box, erste Box. Schön. Boah. Schön. Was ist das? Sorry. What? Ist er? Shit, short. Ayo. Alter. Nice. Noch eins, Cross? Man, zwei, zwei lang. Noch einer? Hey. Ich bin mit drei AWPs lang, Cross. Dauer down. Also ist B frei. Müsste. Oh, schön. Nice. Nice, nice. Wir haben gerade ganz viele Leute gefragt, was für einen Dota für einen Rang hättest. Das ist ein bisschen besser als Average. Boah, wie heißt der krasseste? Immortal. Loll. Hört sich cool an, oder? Mega geil. Ich möchte jetzt auch mal anfangen zu spielen. Zwei. Zwei. Tapsen kennt schon meinen Koi eigentlich. Boah. Zwei lang. Oh Gott, ich hätte nichts. Komm lang. Ach, ich hätte gar nichts, Mann. Ich muss wieder aufhören. Freddy, hinter dir. Boah, der Koi, guck mal, da ist ja der Sticker zwei Mal auf die Maus gedrückt. Du musst erst mal Rare Animation. Hab ich doch, ich hab's schon mal drehen lassen. Achso, das bist du. Okay, lass doch mal drehen. Zack. Ja, das ist krank, was da passiert. Ja, ja, ja. Ah, einmal zu viel gedreht, ey. Stimmt. Geht da nicht. Was? Aua. Ich hab zwei Hits bekommen. Ich hab auch zwei Hits bekommen. Aua. Es ist vorbei. Ich hab Mitte noch für dich, Lennart. Dann können ich. B raus, B raus mit Bombe. Boah, vor Tür. Einer durch. Ich hab zwei gesehen. Ich glaub, das ist ein. Sehr gut. Da sind zwei noch low, Freddy. Na, dann probier mal das doch. Yes, da liegt Molly. Hier steht noch Mitte. Ja, schade. So einer war noch Mitte. Oh, top mid. Denkt's. Neun HP ist. Lower noch einer. Freddy, Freddy, lower. Neun HP, schön. Nice. Boah, Freddy. Vollverdiegel, geil. Rest muss lang sein. Base ist geil. Ja, einer Cross. Die Bombe liegt im Spawn. Die Bombe liegt im Spawn. Oh, der sitzt aufdeckt. Ja. Genau. Die haben sogar einen Scout hier gelassen. Die Bombe ist zügig. Kurz liegt nach AK-Ratio. Das ist wahrscheinlich ein Schlangenhaus, oder? AK-T-Spawn hinterm Auto. Lang drin nicht. Ihr seid vorbeigelaufen. Echt? Dann bin ich Tilt. Beim Benzer oder was? Ja, ganz hinten an dem Auto muss er sein. Hä, was? Ich finde, ihr seid nicht vorbeigelaufen. Der B90 und gibt mir. Klingt nach AUG. Zoomst du mit der AUG, oder schießst du aus der Hüfte? Wenn's close distance auf jeden Fall nicht zoomen. Aber wenn's long distance auf jeden Fall zoomen. Aber nicht... Du kannst auch sprayen. Die Waffe ist ziemlich genau. Die ersten 10 Schüsse müssen nur runterziehen. Kurz stat. Ich versage halt immer mit Scout, äh, mit AUG und Glück, weil ich denke, ich muss zoomen mit dem Ding. Das ist irgendwie so... Kurz geht durch, kurz geht durch. Wie so ein Bug. Ich würd nicht zoomen damit zuvor. Nee, ich will ja nicht zoomen, aber ich denke, da ist ein Scope dran. Ich muss zoomen beim Schießen, dann verweck ich das Ding immer. Einer müsste noch lower sein, maybe? Also lower, weiner down. Dann ist der bestimmt wieder an seinem Auto, oder? Nice. Das war's schon. Das war, Flott, ja. Das war's. Das war's. Und Tapsen ist LE. Nee, oder? Ja. Doch. Das ist ein guter Rang. Passt. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.